Baldrianbad. Baldrianbad ist ein Vollbad, in das man Baldrian-Zusätze geben kann. Baldrian ist in manchen Badezusätzen enthalten, um Entspannung zu bewirken. Es gibt auch Baldrianbad als ärztliche Anwendung, als therapeutische Anwendung. Dort sind dann die Baldrian-Zusätze höher. Wenn die Baldrian-Zusätze höher sind, muss man aufpassen, Baldrianbad wirkt beruhigend und schlaffördernd. Das kann dazu führen, dass der Patient in der Badewanne einschläft. Beim kranken Patienten kann das dann auch gefährlich sein. Baldrianbad kann auch in Kombination mit Brom gegeben werden, dann ist es Baldrianbad mit Brombad. Aber bei den Badezusätzen, die man einfach im Reformhaus bekommen kann oder auch im Naturshop, im Bioladen, da sind die Wirkstoffe nicht so groß, dass man deshalb einschläft. Baldrianbad wäre eine einfache Weise, um sich zu entspannen. Und das kann man machen vor oder nach dem Yoga. Im Yoga würde man sagen lieber vorher oder auch. Man kann es einfach machen zum Beginn eines schönen Wochenendes, wo man entspannt das Wochenende genießen will. undарge≜ Undarge≫